es ist okay wenn du es aufnehmen und auf youtube holen wundervoll bist du schon vegan für rosa linde sehr gut sehr gut okay okay also natürlich scheiße dass du nicht vegan bist aber mit vegetariern zu reden ist immer sehr sehr lehrreich warum bisschen vegetarier geworden weil ich nicht gut finde dass die tiere tötet werden dafür dass wir nahrung bekommen ja wundervoll und das passiert bei milch käse eiern nicht oder also ich weiß nicht ob das stimmt aber für mich ist es so dass für eier oder also milch trinke ich sowieso nicht ich trinke immer hafermilch aber bei eier finde ich so dass die tiere ja nicht getötet werden genau aber die werden ja trotzdem gezüchtet gefangen gehalten ausgebeutet die haben scheiß leben und dann im endeffekt werden sie auch alle ermordet am ende ja siehst du da dann nicht auch irgendwie so ein problem also wenn du das töten schon ablehnst dann müsste es doch eigentlich auch das züchten als sklaven halten ausbeuten das müsste doch dann eigentlich auch ablehnen oder ich auch und wer ja macht schon sind ja weil eigentlich also was danach passiert ja also das ist ja einfach unfair wenn man tiere einfach züchtet die alle qualzuchten sind und dann jeden tag die guckte diese hühner an die zerbrechen also die knochen zerbrechen weil die so viele eier legen und die eier scheine bestehen aus kalzium quasi fast nur und dann haben die hühner halt nicht genug kalzium für ihre eigenen knochen und zerbrechen dann da genau also das ist völlig schrecklich und richtig grausam was wir mit tieren anstellen deswegen also wenn du schon vegetarier geworden bist weil dir die tiere leidtun ja herzlichen glückwunsch dann musst du auf jeden fall veganer werden weil das macht halt keinen sinn weiterhin dann noch andere tierprodukte zu essen genau also ich habe noch ein zwei fragen wenn man jetzt zum beispiel eine fliege oder eine biene und die die sticht oder so zum beispiel darf ich die dann töten also ist die gefahr vorbei oder ist die gefahr noch da also sie hat mich zum beispiel gestopfen und sie ist immer noch bei mir in der nähe ja dann würde ich die muss auch passen was ich sage also eine biene ja eine biene sticht ich jetzt und die ist da immer noch bei dir also ich würde wegrennen nehmen jetzt waren die ist in deiner wohnung damit wir das beispiel ein bisschen enger machen dann finde ich ist das okay weil das selbstverteidigung ist und man darf sich natürlich vor angreifern selber verteidigen darf sie auch bei menschen so wenn jemand in die fresse schlägt das auch zurückschlagen dementsprechend ja wäre das okay die zu töten ja das wäre so mein tag genau weil er eine gefahr besteht dass sie dich noch mal sticht ja aber ist natürlich besser wenn man immer erst das mildeste mittel sucht genau also die biene rauslassen weglaufen genauso wie wenn man eine ameisenplage hat oder so wenn man zum beispiel jetzt in form hat zum beispiel ich bin jetzt hat bauer und ich habe eine kuh die ohne irgendwie vergewaltigt geworden zu sein die baby bekommt und die dann nicht produziert darf ich dann die überschüssige milch theoretisch trinken guter punkt aber gute gute frage kann einfach mal überlegen ob das okay wäre oder ob du das okay finden würdest wenn das eine menschliche frau wäre ich halte mir jetzt eine menschliche frau die hat jetzt irgendwie ein baby bekommen was weiß ich wie genau genau und die produziert hat so ein bisschen zu viel Milch. Und genau, im restlichen Teil der Welt werden auch überall Menschen, Frauen versklavt und da wird auch die Milch von getrunken. Würdest du jetzt anfangen, die Muttermilch von der menschlichen Frau da zu trinken? Wenn die Frau jetzt in den Ländern versklavt worden ist und ich die dann trinke von der versklavten Frau? Nee, 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 nee. Das habe ich jetzt nur eingeworfen. Da erkläre ich gleich, warum. Aber erst mal so, würdest du da jetzt die Milch von der menschlichen Frau trinken? Ich würde erst mal sagen, nee. Weil ich es ja nicht so wirklich probiert habe. Ich weiß halt auch nicht, wie es schmeckt oder so. Ich weiß, es ist ein scheiß wunderbar. Interesting. Nein, auf die Frage. Ja, man würde natürlich nicht die Muttermilch von einer Menschenfrau einfach trinken und auch nicht die, in dem wir jetzt mal einen Menschen könnten Eier legen oder so, würden wir auch nicht die Eier essen, weil das erstens nicht dein Eigentum ist, das ist nicht deine Milch. Du kannst sie vor allem auch nicht fragen. Das heißt, du hast keinen Konsent bei einer Kuh, ob du deren Milch trinken darfst. Und der wichtigste Punkt in meinen Augen ist, was zeigt das nach außen, wenn Veganer Tierprodukte essen würden oder trinken würden, wenn du einfach da jetzt diese Kuhmilch trinken würdest von deiner eigenen einen Kuh da, die du irgendwo gerettet hast oder so. Was zeigt das nach außen an andere Nicht-Veganer? Oh, guck mal, der Veganer, der hält sich da eine Kuh im Garten und trinkt von der die Milch. Hö, hö, hö. Dann kann ich ja auch in den Supermarkt gehen und mir Milch kaufen. Also du projizierst nach außen, Milch oder Tierprodukte sind Nahrung und das kann man essen und das sollte man essen. Das ist das, was du quasi mit deiner Handlung nach außen rausschreist. Und das ist halt nicht okay. Deswegen isst man unter keinen Umständen Tierprodukte. Auch nicht, wenn das Ei einfach so gelegt wurde und keine Ahnung, whatever. So, das macht man einfach nicht. Genau, ja. Ja. Das wäre meine Antwort auf die Frage. Okay. Genau. Ja, also wirst du jetzt ab heute dann vegan leben? Hast du gecheckt, dass man keine Tierprodukte kaufen darf, weil das alles mit Ausbeutung und einer enormen Form von Leid und Rechtsverletzung verbunden ist? Eine letzte Frage hätte ich da noch oder darf ich nicht mehr? Natürlich. Doch, doch, klar. Zum Beispiel, ich bin jetzt im Wald und finde ein totes Tier. Ja. Würde ich das theoretisch essen? Gleiche Antwort. Nee, ich würde es einem anderen Tier geben, einem anderen Carnivore-Tier, damit das Leid erspart wird. Also zum Beispiel irgendwie so ein Wolf oder so. Das ist aber gleiche Antwort. Du normalisierst Tierproduktkonsum. Du zeigst, hey, guck mal hier. Schau mal vor, du nimmst die Leiche aus dem Wald. Du würdest doch auch nicht eine Menschenleiche aus dem Wald mitnehmen und die zu Hause bei dir braten. Weil das einfach nichts ist, weil das einfach nichts ist, weißt du, so simpel ist es eigentlich. Das vermittelt einfach völlig das falsche Bild. Klar entsteht da vielleicht kein neuer Schaden und so, aber es zeigt einfach, dass es ist einfach völlig die falsche Message, die da verbreitet wird, wenn du das akzeptierst. Deswegen einfach da im Wald liegen lassen, dass sich das andere Tiere essen können. Und dann ersparst du sogar noch ein bisschen Leid. Okay. Ja, das war es von meiner Seite. Ja, wundervoll. Dann bitte keine Tierprodukt mehr essen. Bleibt ja auf dem Server. Und ja, cool. Also ja, gut. Normalerweise mache ich mit Vegetariern immer schlechte Erfahrungen, aber du bist sehr korrekt. Danke. Okay, cool. Dann hört man sich, ja? Ja. Tschüss. Danke fürs Gespräch. Jo, ciao. Nach, Bruder. Oh, wow, Alter. Ein guter Vegetarier. Das kriegt man echt selten vor die Flinte. Übel. Übel. Nice. Ich bin schockiert. Ja, das war mal ein tolles Gespräch. Ja, sehr süß. Äh, willst du... Auf jeden Tag. Ja. Du wolltest von der Stage oder machst du doch noch weiter? Äh, ich schaue jetzt rein. Ja, alles klar. Dann vielen Dank, dass du oben warst. Hat super Spaß gemacht. Ich mache dann noch einen. Ja, war ein Gänseblümchen für Lippen. Oder wie man das nennt. Ja, war nice. Alles klar. Tschüss. Alright, bis dann. Ciao, Thomas. Okay, ich mache dann noch einen und danach bitte übernehmen. Entweder von Marc oder von zwei anderen Stage-Mods. Aber ich mache auf jeden Fall noch einen. Ich habe noch Lust auf ein Gespräch. Hallo. 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 Bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen und auf YouTube hochgeladen wird? Ja, ich bin damit einverstanden. Ja, cool. Ähm, darf man Tiere essen? Ja, darf man. Darf man Menschen essen? Äh, moralisch gesehen nicht, nein. Genau. Das impliziert einen Eigenschaftsunterschied zwischen den beiden. Was ist dieser Unterschied? Ähm, der Unterschied ist ja so, ne? Ich spreche mal allgemein. So, wir sind ja alle Tiere grundsätzlich gesehen, so. Und andere Tiere essen ja auch andere Tiere, ne? Zum Beispiel, ein Krokodil ist ein Hase, ja? Ist es ein dummes Beispiel, aber es ist halt so. Wir waren auch alle mal Tiere, haben uns immer weiterentwickelt und man frisst, um zu überleben. Ähm, klar. Jetzt würde so ein Beispiel kommen, würdest du Menschen essen. Aber ich finde, dieses Argument ist kein richtiges Argument in meinen Augen. Da ich, zum Beispiel, ein Hund würde jetzt auch nicht einen Hund essen, ein Krokodil würde auch nicht ein Krokodil essen, so. Wir sind ja eine Rasse. So, das wollte ich schon mal kurz so, hier, ich da, erstmal klar machen. Mhm. Also, ich habe dich nach einem Eigenschaftsunterschied gefragt und du hast gesagt, man darf Tiere essen, weil Tiere auch Tiere essen. Ist das korrekt? Ja, richtig. Und wir sind ja auch Tiere, ne? Oder ist es ja auch falsch? Nein, das ist absolut richtig. Der Mensch ist ein Säugetier. Ja. Genau. Ja, und das, das mit den Tieren, was du ansprichst, das ist ein logischer Fehlschluss, nennt man Appeal to Animals Fallacy. Und du, du, ähm, denkst, dass aus der Handlung von einem Tier folgt, dass es richtig ist, ja, überprüfen wir, äh, Tiere vergewaltigen sich gegenseitig. Ist es vergewaltigen richtig? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Okay, gut. So, das unterstütze ich auch gar nicht. Mhm, also. Das liegt daran, dass, äh, deren, äh, System jetzt mal, ich glaube, dann ist gar nicht bewusst, was dort passiert oder was jetzt ein Bruder oder eine Schwester ist, weil, äh, z.B. ein Hund, ich habe ja selber Hunde, ich bin wirklich ein Tier, also ich liebe meinen Hund, ne, und meine Welten liebe ich auch alle sehr, sehr gerne. Und, ähm, ähm, ja, letztes ist vorgekommen, dass, ähm, der Sohn von meiner Hündin, äh, auf seine eigene Mutter drauf ging, aber für ihn ist es ja gar nicht bewusst und für die Mutter auch nicht bewusst. Das heißt, sie wissen das gar nicht. Wir leben eine andere Gesellschaft, wir haben uns, ähm, Gott sei Dank weiterentwickelt und wie, uns ist es klar, es ist eine, äh, eine Familie, es sind andere Menschen, so zu respektieren. Aber natürlich können wir Vergewaltigungen nicht unterstützen, denn es gibt immer böse und abschuldigte Menschen, sowas ist auch ekelhaft, es gibt auch Leute, die ermorden oder quälen und Sklaverei. Klar ist es verboten, aber es wird weiterhin begangen. Mhm, und ich hoffe, du hast jetzt mit der Ansprache, die du gemacht hast, äh, festgestellt, dass du dich selbst widerlegt hast, weil du hast jetzt ganz genau beschrieben, warum man nicht das tun sollte, was Tiere machen. Also ganz genau das Gegenteil von dem, was du am Anfang erzählt hast, weil du hast gesagt, die wissen nicht, was sie tun. Genau, weil Tiere sind keine Moral Agents, aber Menschen sind Moral Agents, deswegen kann man nicht sagen, äh, etwas ist richtig, weil Tiere es tun. Das führt halt dazu, dass du dann sagen musst, äh, Vergewaltigungen ist richtig, weil Tiere es tun. Wenn du sagst, Vergewaltigungen ist nicht richtig, obwohl es Tiere tun, kannst du nicht hingehen und sagen, für eine Handlung ist es richtig, weil Tiere es tun. Ja, ist auch richtig so. Gut. Ich würde aber kurz unterbrechen, wenn ich dürfte. Ähm, es ist ja nicht grundsätzlich alles falsch, was Tiere machen, denn, ähm, zum Beispiel jetzt die Mutter eines Löwens oder eines Zebras beschützt ihre eigenen Kinder. Und, ähm, bei uns ist es ja auch so, ne, also ich, wenn ich jetzt Kinder ja auch beschütze, ist es schon mal ein richtiger, ein richtiger Ansatz. Und, ähm, wir alle Tiere haben auch ein Überlebensinstinkt und haben ja auch, ähm, natürliche Feinde gegenüber, so. Also es ist ja nicht grundsätzlich alles falsch. Nur in der Praxis unterscheiden sich halt ein paar verschiedene Varianten zwischen uns und anderen Tieren. Mhm. Und bei diesem logischen Fehlschuss geht es ganz genau darum, dass du eben nicht sagen kannst, dass, äh, dass eine Handlung, äh, richtig ist, weil Tiere es tun. Und, obwohl du natürlich sagen kannst, äh, auch Tiere machen, äh, richtige Sachen. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, äh, die Mütter, äh, beschützen ihre Kinder zum Beispiel. Ja, aber die Mutter beschützen ihre Kinder, äh, da gehst du nicht hin und sagst, äh, man sollte seine Kinder beschützen als Frau, jetzt als menschliche Frau, weil Tiere es tun. Sondern, sondern, das wäre ein logischer Fehlschluss, sondern du gehst hin und sagst, äh, Mütter verteidigen ihre Kinder, weil sie die Kinder vor Rechtsverletzungen bewahren wollen, vor Schaden. Das sollte man sagen. Und nicht, weil Tiere es tun, weil das ein logischer Fehlschluss ist. Verstehst du das? Ja, klar. Gut. Also, dann nochmal die Frage, warum darf man Tiere essen und Menschen nicht? So, ich würde es nochmal so erklären. Ich hoffe, du hast auch andere Argumente. Das würde mich sehr freuen. So, dieses Argument habe ich schon, äh, mehrmals, äh, darauf geantwortet oder dagegen argumentiert. Oder dieses Argument entkräftet. Ich erwähne es nochmal kurz nebenbei. So. Ich esse Tiere. Äh, es gibt bestimmt auch Tiere, die Menschen essen. So, deswegen kann ich nicht sagen, ob, äh, also ich bin natürlich nicht dagegen, dass man Menschen isst, aber ich würde selber nicht meine eigene Rasse essen wollen. Klar gibt es Kannibalen, aber unterstützt sie auch nicht. Aber zum Beispiel jetzt ein Löwe, ja, wenn er jetzt sieht und er hat Hunger und ein Mensch blutet, will er auch einfach zurennen und diese Menschen essen. Und da, das war auch gar nicht so schlimm, ne, das ist sein Instinkt, ja, sein Überlebensinstinkt. Er sucht sich Beute, die er jagt und dann isst. Das ist normal in der Revolution, das ist immer so gewesen. Mhm. Die sind alles Jäger und die jagen unsere Beute und essen die. Entweder wird man gejagt oder man jagt. Bist du der Jäger oder bist du der Gejagte? Mhm. Also, du hast den Eigenschaftsunterschied genannt und der Eigenschaftsunterschied ist Spezies Mensch, ist das korrekt? Ja. Man darf Menschen nicht essen, weil die Spezies ist Mensch. Man darf nicht meine eigene Rasse essen wollen. Genau. Und ein Löwe würde auch niemals ein Löwe essen. Außer, jetzt kommt dieses besondere Außer, es ist eine spezielle Situation, du bist irgendwo hängen geblieben, irgendwo in den Höhlen und es gibt keine andere Essensquelle, dort sind drei Menschen, du bist einer von denen und musst überleben. Dann kommen deine Tierinstinkte, dein Überlebensinstinkt, du musst handgreiflich werden, du wirst dich verteidigen, du wirst den anderen umbringen und die essen, damit du überlebst. Und in dieser Situation ist es ja auch kein Fehler, weil man will ja weiterleben, man ist ja gar nicht klar, was man macht. Ohne Essen, ohne Nahrung, ohne Wasser kommt man gar nicht klar. Bleiben wir beim Thema Spezies Mensch, also man darf Tiere essen, Menschen nicht, weil man die Spezies Mensch als Mensch nicht isst. Doch, 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 also guck mal, ich sage, ich würde kein Mensch essen, aber Menschen dürfte man generell schon essen. Ich finde es einfach nur ekelhaft, wenn ein eigener Mensch seine eigene Rasse isst. Das ist unmoralisch. Das ist unmoralisch, also darf man es nicht? Ne, also ich finde es, man sollte als Mensch nicht seine eigene Rasse essen. Okay. Also halten wir doch mal fest, man darf Tiere essen und Menschen nicht, weil Menschen die Spezies Mensch nicht essen. Ist das korrekt oder nicht? Klar, klar, klar. Und Löwe ist auch nicht die Spezies Löwe und so ist es halt. Okay, wir nehmen ein hypothetisches Szenario, da laufen 1000 Menschen durch ein DNA-Regen. Die DNA verändert sich so, dass sie keine Menschen mehr sind, wenn man einen DNA-Abgleich machen würde. Und ihnen wachsen Elfenohren und jetzt hat man da diese 1000 Elfen, die aus diesem DNA-Regen rauskommen, darf man diese 1000 Elfen durch den Fleischwolf drehen und Burger-Patties aus ihnen machen. Also das heißt, von diesen Menschen hier würde sich dann 1000 Elfen geben würden, wenn man die dann essen will. Aber ist das jetzt so, wie bei den Elfen, haben die einen Menschen zu verstanden, würden sie kommunizieren können? Ja. Weil du hast gesagt, das ist die Spezies. Dann würde ich sagen, dass man sowas auch nicht essen sollte als Mensch. Widerspruch. Weil es ist ja ein Mischling sozusagen. Denn es gibt ja auch Tiere, die sind Zebra und Bock. Es gibt ja auch sowas, Widder und Zebra, so eine Mischung. Und sowas kann ja mal passieren. Und solange dieser Mensch sich rechtfertigen kann und kommunizieren kann, würde ich ihn niemals angreifen. Mhm. Erkennst du den Widerspruch an? Hm? Erkennst du den Widerspruch an? Den Widerspruch? Welchen Widerspruch? Der Widerspruch. Ich habe dich gefragt, was der Eigenschaftsunterschied war, warum man Tiere essen darf und Menschen nicht. Und du hast gesagt, es ist die Eigenschaft Spezies Mensch. Und danach hast du gesagt, es ist nicht die Spezies Mensch, die dafür sorgt, dass man Tiere essen darf und Menschen nicht. Weil wir haben Elfen, die sind keine Menschen, die darf man auch nicht essen. Also es ist anscheinend nicht die Spezies. Erkennst du den Widerspruch an? Also, guck mal, man dürfte schon Menschen essen. In meinen Augen würde ich das nicht tun, weil es für mich ekelhaft wäre. Möchtest du die Frage beantworten? So hätte ich diese Frage beantworten. Aber hättest du ein anderes Beispiel so, weil das Beispiel, was du nennst, ist schön und gut und kann man ja auch irgendwie zu teilweise verstehen. Und das Problem ist, es wird so oft gefragt und ich finde, was ihr macht, ist ja grundsätzlich gut, weil wenn ihr keine Tiere isst, ist es ja auch eigentlich gut so, ne? Und ich, voller Respekt und so, aber es gibt manchmal, gibt es Vegetarier oder Veganer, die das falsch angehen. Inzwischen, die militante Veganerin, also heute ist sie, glaube ich, nicht mehr so aggressiv wie damals, aber damals war sie halt sehr, sehr aggressiv. Und manche Leute haben sich dann auch geschlagen. So, sowas ist nicht okay, man sollte niemanden schlagen, sowas geht auch nicht klar. Aber man sollte es einfach vernünftig ausdrücken und schon aus, äh, aus, äh, aus, naja, argumentieren, ne? Debattieren. Erkennst du den Widerspruch an mit Spezies Mensch? Den Widerspruch? Mein Widerspruch oder wie? Ja. Ich glaube nicht, dass ich mich widersprochen habe. Mhm. Du hast gesagt, der Eigenschaftsunterschied ist Spezies Mensch und danach hast du gesagt, dass es nicht der Eigenschaftsunterschied Spezies Mensch ist. Weil man darf Elfen ja auch nicht essen, also es ist nicht Spezies Mensch. Ja, aber, äh, Elfen ist ja eine Art Mensch, oder nicht? Nein, und das haben wir im Hypo festgemacht, dass wenn du einen DNA-Test machst, ist es nicht Spezies Mensch. Und die darf man nicht essen, also es ist der Eigenschaftsunterschied, warum man Tiere essen darf und menschlich ist es nicht Spezies Mensch. Also wenn der Elf, wenn der Elf kein Mensch wäre und, ähm, er gegenüber den Menschen jetzt auch aggressiv wäre, ja, und wir sehen uns als Tier, also wir sehen uns als Feinde an, er wäre unser natürlicher Feind, dann würde man ihn schon essen, du wirst ja nicht. Erkennst den Widerspruch an? Aber wenn du mir sagst, dass er menschliche DNA hat und Elfen-DNA, das heißt, er ist teilweise von Mensch, aber weiterhin wirkt, oder sein DNA hat sich verändert, dann würde ich ihn wiederum nicht essen. Erkennst den Widerspruch an? Ich erkenne den Widerspruch nicht an. Ja, okay. Dürfte ich dir eine Frage stellen? Äh, nein, da du den Widerspruch nicht anerkennst. Sollen wir das Szenario nochmal durchspielen, oder wo hakt es? Du erkennst Proposition und Negation nicht an, du sagst, es ist der Eigenschaftsunterschied Spezies Mensch und es ist nicht der Eigenschaftsunterschied Spezies Mensch, warum man Menschen nicht umbringen darf. Weil wenn ich aus dem Menschen diese Eigenschaft entferne Spezies Mensch und wir haben einen Elfen dort anstatt einen Menschen, dann sagst du, ne, darf man immer noch nicht umbringen. Also es ist nicht die Eigenschaft Spezies Mensch. Ist es vielleicht kommunizieren oder sonst was? Ich hab nochmal gesagt, wenn dieser Elf in sich menschliche DNA hat, dann sollte man ihn nicht essen. Sollte dieser Elf, ja, würde ich ein Elf sein und kein menschliches Wesen mehr sein, so, ne, dann dürfte man ihn schon essen. Aber du hast ja im Beispiel gesagt, dass jetzt irgendwie was runterfällt und die DNA verändert sich zu meinem Elf. Dann ist es aber in meiner Perspektive so, dass er immer noch ein Mensch ist. Das heißt, du solltest das schon ein bisschen besser erklären. Okay, du lehnst also hypothetische Szenarien ab, weil wir haben gesagt, er ist kein Mensch. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, der ist ja ein Mensch. Der ist kein Mensch. Darf man ihn essen oder nicht? Den Elfen. Ja. Wenn er keine menschliche DNA hat, dann dürfte man nicht... Der hat keine menschliche DNA, der ist ein Elf. Dann, dann dürfte man ihn essen. Wenn, wenn er mich essen will, dann würde ich ihn auch essen. Das hat niemand gesagt, dass der dich essen wollen würde. Du veränderst einfach die Modalitäten. Also darf man Elfen essen oder nicht? Ja, dann, dann, dann darf man Elfen essen. Alles klar. Okay, dann. Tschüss. Üble Sache. Ja, er hat sehr, sehr lang rumgeeiert. Spezies Mensch. Und es ist wieder absolut beeindruckend, was Menschen für Mental Gymnastics hinlegen, dass sie wirklich hingehen und sagen, an irgendeinem fucking DNA-Strang kann man erkennen, wie man essen darf und wen nicht. Also ja, absolut unglaublich, dass man wirklich hingeht und sagt, das ist der Grund, warum man jemanden abstechen darf und jemanden nicht. Also, da sie Tiere keine DNA von Menschen haben, obwohl sie das natürlich haben, zum größten Teil, man weiß, eine Banane hat 60% DNA, Übereinstimmung der Menschen. Das liegt einfach daran, dass eine Banane einen Stoffwechsel hat. Ja, absolut, absolut Katastrophe. Okay. Also wir hatten bei dem, ja, einen Moment. Wir hatten bei dem jetzt, Spätses Mensch hat so einen Widerspruch geführt, der hat den Widerspruch nicht eingesehen, leider. Und wir hatten die Appeal-to-Animals-Fallacy ganz am Anfang. Er konnte seine Position nicht verteidigen. Okay. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für alle, die da waren. Und ja, war wieder eine Mega-Stage über 100 Zuhörer in Spitze. Ich hoffe, jeder hat gelernt, dass ihr nicht-vegan eure Position nicht verteidigen könnt. Sobald man euch presst, fällt ihr auseinander und produziert neue Widersprüche und logische Fehlschlüsse. Das ist der Grund, warum es vegane Menschen gibt, weil die nach Logik handeln, also sich mit Schlussfolgerungslehre beschäftigt haben und herausgefunden haben, dass du natürlich Rechtsverletzungen nicht verteidigen kannst. Und genau, ich hoffe, jeder konnte daraus was mitnehmen. Ich beende dann jetzt auch meine Aufnahme und So, I'll see you next time.